so links gucken rechts gucken und soviel dazu möglichst weit weg von schleim dafür haut die axt richtig gut rein so da ist eine verschlossene tür ja keine schalter und wir sind krank da schon mal schädel nummer fünf das ist sehr gut den haben wir kurz momentar schmeißen weg ich würde gern schlafen und die krankheit loszuwerden auch wenn das nicht wirklich viel sinn macht denke wir werden gleich wieder angesteckt werden aber mit halben lebenspunkten und auf so engen raum hier das wird eng ein heilkraut sehr schön und kein platz für ein heilkraut das kann nicht sein da wird platz gemacht so das wird gegessen und der schleim kommt da viel zu nahe du musst sterben bevor du nein 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 sehr schön so ich sage es ist viel zu eng hier und die axt ist echt scheiße langsam sehr knapp so die schleime dahinten scheinen sich nicht für mich zu interessieren heißt ich könnte echt versuchen hier zu schlafen da kommt einer näher ist das durch zufrieden oder hat er uns gewittert können uns gegner überhaupt wittern ich denke schon entscheidung entscheidung oder wir benutzen eine eisbombe es kommen zwar später noch jede menge mönche und das werden auch recht viele gegner aber ich glaube das ist machbar wir haben schon wieder kein schild in der hand so also wir brauchen licht wir werden jetzt eine eisbombe benutzen falls uns ein schleim zu nahe kommt denn sonst bringt das mit einem schlag um ich könnte auch versuchen jetzt zu schlafen und zu hoffen dass die uns nicht one hitten und dann sobald wir wach werden sofort ein eisbombe zu schmeißen aber ich glaube wenn man schläft kriegt man mehr schaden also wenn man während des schlafens geschlagen wird kriegt man mehr schaden sie scheinen echt nur da in dem bereich hin und her zu gehen er kommt versuchen es einfach wir haben ja gerade abgespeichert wenn uns was haut dann drücke ich einfach ganz schnell rechte maustaste dann hoffen wir mal dass der zauber lange genug hält oder das einfrieren lange genug hält um den um zu bringen aber wir haben die schleim bisher so mit drei vier schlägen im schnitt umgebracht und die axt ist zwar langsam aber so lange dürfte es fast schon halten aber wir sind jetzt schon fast voll sehr schön das heißt wir tasten uns gleich wieder vor bringen ein zwei schleim um und verkriechen uns wieder hier in die ecke am besten diese mit ein paar mehr lebenspunkten damit es ein wenig sicherer ist so jetzt nehmen wir das schild in die hand jetzt haben wir kein risiko jedenfalls nicht so wirklich und da ist noch ein heilkraut sehr schön komm her 240 oh ich liebe diese axt komm her und gerade mal ein drittel der energie verbrauch selbst die standardtreffer sind jetzt schon 80 schadenspunkte das ist echt ordentlich so und wenn wir dann im härteren kampf noch mal geschwindigkeitstrang vorher trinken das wird richtig abgehen so hier haben wir noch ein heilkraut um die dumm das lasse ich mir nicht entgehen die kommen alle mit in meinen beutel ich kann mich noch erinnern wie die die schleime anfangen richtig hart waren wo die uns teilweise fast gewonnen hättet haben ja ja so ändert sich das leben aber dafür hat auch 240 schaden abbekommen das mit dem rein strafen klappt echt nicht so also wir haben dick mehr lebenspunkte als vorhin also machen wir das gleiche spiel noch mal wir kriegen uns wieder hier hinten in die ecke und nehmen die eisbomben in die hand drücken er für schlafen und warten darauf dass wir gehauen werden oder auch nicht das reicht schon ich denke eigentlich dass sie uns jetzt noch großartig was zufügen können so also wenn wir gleich hochgeheilt sind sehen wir uns hier unten weiter um also erstmal grob schauen wir uns um ob hier noch irgendwo schleim sind und heilkräuter und wenn wir das eine das auch noch das andere da sind dann werden uns nach schaltern umschauen und die karte mal genauer studieren wo wir denn hier weiterkommen und wo wir noch runter springen könnten um irgendwo ranzukommen wo wir jetzt nicht rankommen wie zum beispiel hinter die tür da oder die tür da so schädel kann hier bleiben ich höre da ist der weg nach oben keine schleime alles schon mal gut was haben wir hier giftbomben die benutze ich auch fast nie die machen zu wenig schaden und der gegner muss stillstehen dafür was die gegner eigentlich nie tun ein schleimball die benutze ich wie gesagt nicht also brauchen wir nicht mitnehmen mein inventar ist so schon vollgemüllt genug was heißt schaltersuchung angesagt gehen wir erstmal rechts die wand lang zapp 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 du bist weggeschmissen also die treppe über die treppe kommen wir gleich wieder zurück nach oben und haben diesen einwegweg zurück und dann müssen wir anders runter springen als jetzt um halt in einen von diesen zwei bereichen zu kommen die ich eben gezeigt hatte also hier diese gitter das hatte ich damals auch gemacht das fand ich nervig glaube ich ich habe da irgendwas von in erinnerung dass das nicht ganz aufging oder dass ich mich da rechtduselig angestellt hatte irgendwas in der richtung so kommst du auch weg und jetzt müssten wir eigentlich gleich schon einmal rum sein ohne schalter gefunden zu haben ja da ist die nische also wir sind eben gerade hier runter gesprungen und wir sind da gelandet also wenn wir da runter springen 1,2,3 fällt weiter nach da müssten wir hinter dem gitter rauskommen ja sehr schön da obwohl bis dahin werde ich das schon nicht vergessen haben ganz so vergesslich bin ich dann doch noch nicht also klick so jetzt nicht aus Versehen irgendwelche anderen Fallgruben tapsen genau und die da das war meine Lieblingsfallgrube sondern die hier richtig richtig sauber das hat schon mal geklappt wie wir in den Bereich kommen sollen achso wir gehen wahrscheinlich hier hinten dann rum und kommen dann zu der Tür okay dann sollten wir die Zeit schon mal nutzen hier wo wir hier sind um nach Schaltern zu suchen und das ganze mit Licht wäre noch ein wenig angenehmer Licht Schild nicht vergessen so da sind Haken an der Wand aber keine Schalter und da kam das irritierend blaue Licht von oben wo ich dachte da wäre irgendwo ein blauer Kristall ähm ja so was machst du also wenn das nicht ominös aussieht dann weiß ich auch nicht ähm haben wir irgendwo ein blauer Kristall ich würde gerne abspeichern ach denn halt so AP 051 A und ähm gucken wir einfach mal rein ich hab zwischendurch immer so leichte Flashbacks von dem ersten Playthrough und jetzt seh ich mich gerade ganz viel im Zickzack laufen hier an der Stelle weiß auch nicht warum hm bestimmt gehen die Wände hier auf gucken wir vor äh da macht's auch keinen Sinn die Wände vorher zu checken hm wenn der Schalter dran wäre dann wäre es komisch der Icefall Hammer zählt aber als Hammer und ist deswegen für uns uninteressant aber ein Secret mehr uns fehlen nur noch zwei Secret buuuuh hallo he 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 so viel zum Zickzack laufen genau ähm 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 Zickzack laufen so so da müssen wir jetzt durch da müssen ja also das ist vielleicht in dem Keuchen und dem Schmerzensschrein untergegangen hm aber ich wollte sagen wir müssen da durch denn äh wenn wir stehen bleiben sterben wir aber der Pilz der sich uns in den Weg gestellt hat war zu stark so hier schon mal wieder das Secret und jetzt müssten genau die Dinger aufgehen ach du gute Güte ja hallo Freunde auch wenn das schon wirklich so wie Cheaten rüberkommt also da die das Hochziehen von den Wänden so verzögert ist kann man halt aus dem ganzen Bereich locker rauslaufen so wie ich das jetzt gemacht habe und das finde ich irgendwie schon unfair das hätten sie doch ein bisschen anders taktisch machen müssen aber dass man erstmal längeren Gang langläuft oh oh ähm so viel dazu Menno also dass man erstmal einen längeren Gang langlaufen müsste und äh die Gegner schon hinter den Wänden hervorgekommen sind wenn man denn da ankommt also dass man nicht wie jetzt hier einfach dran vorbeilaufen kann so ich habe letztes Mal aber ein wenig gezögert also als das Secret Found auftauchte bin ich noch nicht gleich losgelaufen das ändern wir jetzt sobald das Teil da auftaucht Secret Found ähm laufen wir sofort weiter also ich gucke mir das Ding auch gar nicht erst an so auch wenn das jetzt noch mehr Cheaten ist als vorher aber ähm ja es ist anscheinend notwendig das war ein schöner Rampage ja haut euch ruhig gegenseitig habe ich absolut kein Problem mit so noch eins was zur Hölle oh ich wollte gerade sagen wie kann der mich angreifen ohne dass äh irgendwelche Kugeln auf mich zufliegen hm wir könnten uns jetzt hier einbunkern jetzt können wir uns nicht mehr einbunkern so so und jetzt schlafen wir einfach ja doch fiese Ecke ähm auch wenn man halt durch diese schnelles Weglaufen das umgehen kann aber naja allgemein ist sowas beim ersten Mal spielen eher am interessantesten auch wenn die Fallenden meist so schwer sind dass man sie nicht überlebt also nicht auf unserem Schwierigkeitsgrad zumindest aber so auf normal oder easy wäre das bestimmt oh was haben wir denn hier wäre das bestimmt ein recht interessantes Erlebnis also dass man es dann gerade noch schafft beim ersten Mal so sind hier in den Nischen jetzt irgendwo Schalter oh da lebt noch was da lebt noch eine Menge krabbeli krab na daneben ja bei der Axt ist jetzt daneben schlagen echt nervig weil die Zeit die es braucht um halt wieder fertig zu werden ist doch recht lang auch mit dem Amoled äh Quatsch mit dem Bracelet so keine Schalter in den Wänden bleibt noch hier auch keine Schalter so also war das echt nur Abschreckung nachdem man das Secret gefunden hat und nicht noch irgendwie ein Secret im Secret im Secret und so weiter ah was sind alles Erfahrungspunkte wie schaut es da eigentlich bei uns aus dürfte noch drin sein Level 15 und dann könnte ich die Punkte auch alle auf irgendwas zerballern obwohl mir gesagt wurde dass es Sinn machen würde die Punkte jetzt schon zu verteilen weil dadurch auch die Stats sich erhöhen ähm also ich hoffe es sind nicht die hier links gemeint in der Liste das jetzt gerade wieder ausgeblendet wird denn da haben wir hier nur Heavy Armour Prophecy äh Profi Profi Sienci Sienci ich habe keine Ahnung wie man es ausspricht ähm oder die hier aber die steigern eigentlich fast gar nicht wenn ich mich richtig entsinne nur die Lebenspunkte aber die Verteilung der Skillpunkte hat nichts mit den Lebenspunkten zu tun hm und schwere Rüstung könnte ich dann tragen ja das ist richtig aber ist das Vailor Set wirklich so gut weil wir haben jetzt so richtig schön viel Ausweichen obwohl zugegeben die Gegner treffen uns trotzdem ziemlich häufig und das ganze Vailor Set zu tragen sehe bestimmt auch cool aus hm ja das muss ich mir überlegen also eventuell nach dieser Folge die eh gleich vorbei ist ähm könnte ich mal ganz kurz hochhuschen und die ganzen Vailor Set Teile zusammensammeln also off camera denn die sind recht weit verstreut also recht viele sind hier oben ich glaube drei Teile sind oben bei dem blauen Kristall der von beiden Seiten begehbar ist aber der Rest ist richtig weit oben also mindestens ein zwei drei Etagen weiter hoch und das will ich nicht unbedingt auf der Kamera machen also während die Kamera läuft das machen so in den und den sind wir reingesprungen da kamen wir da und da raus wenn wir da runter springen wäre das eins schräg runter noch einen noch einen äh eins schräg runter noch einen noch einen dann würden wir da raus kommen das bringt uns gar nichts hm wenn wir da runter springen wäre das eins zwei drei vier fünf schräg von dem Runterspringpunkt der Runterspringpunkt ist da eins zwei drei vier fünf würden wir da landen würden wir da landen wenn wir da runter springen äh ich denke da ist dann hier und da ist dann hier also es gibt kein taktisches Runterspringen mehr das ist schade na gut speichern wir erstmal ab und in der nächsten Folge stehe ich denn entweder in einer kompletten Vailer Rüstung vor euch oder oder auch nicht muss ich mir noch überlegen also bis gleich bis gleich dich so ich das die Vielen Dank.